Willkommen auf dem YouTube-Kanal Supermarkt Prospekte und Angebote Deutschland. Willkommen, liebe Zuschauer. Diese Woche erwartet Sie bei Aldi Süd eine Vielzahl an Angeboten und Sonderaktionen. Ob für den täglichen Bedarf oder für besondere Anlässe, wir haben alles, was Sie brauchen, zu unschlagbaren Preisen. Entdecken Sie frische Lebensmittel, hochwertige Haushaltsprodukte und vieles mehr. Nutzen Sie die Gelegenheit und sparen Sie bei jedem Einkauf. Lassen Sie sich diese Rabatte nicht entgehen und kommen Sie in unsere Filiale. Die neuesten Rabatte schnell erfahren, abonnieren Sie unseren Kanal und vergessen Sie nicht, das Video zu mögen. In dieser Woche bietet Aldi Süd besonders attraktive Rabatte auf Snacks, Fleischprodukte und Getränke. Sie können Ihre Lieblingssnacks zu reduzierten Preisen genießen und gleichzeitig bei hochwertigen Fleischprodukten sparen. Auch bei Getränken, ob alkoholisch oder nicht, gibt es diese Woche tolle Angebote. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihre Vorräte zu günstigen Preisen aufzustocken und sich auf die nächste Woche vorzubereiten. Liebe Zuschauer, mit unserer Hingabe und Freude am Erstellungsprozess arbeiten wir daran, Ihnen die besten Videos zu bieten. Es gibt viele Möglichkeiten, unseren Kanal zu unterstützen und jede Unterstützung von Ihnen ist für uns sehr wichtig. Abonnieren Sie, um sofort über neue Videos informiert zu werden. Helfen Sie uns, mehr Menschen zu erreichen, indem Sie unsere Videos teilen. Außerdem können Sie uns direkt mit dem Super-Danke-Button unterstützen. Jede Unterstützung ermöglicht es uns, unseren Kanal weiterzuentwickeln und qualitativ hochwertige Inhalte zu erstellen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Diese Woche ist Sparen bei Aldi Süd besonders einfach. Mit über 1000 stark reduzierten Artikeln wird Ihr Einkauf noch günstiger. Egal ob Lebensmittel, Haushaltswaren oder Spezialitäten, diese Woche finden Sie alles, was Sie brauchen, zu unschlagbaren Preisen. Nutzen Sie die große Angebotswoche, um Ihre Vorräte aufzufüllen und gleichzeitig Ihr Budget zu schonen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Diese Woche stehen bei Aldi Süd Haushalts- und Dekorationsprodukte im Mittelpunkt. Besonders im Bereich Heimtextilien und Dekoration finden Sie viele reduzierte Artikel, die Ihrem Zuhause eine neue Note verleihen. Auch für Kinder gibt es zahlreiche Angebote, von Spielzeug bis hin zu Kleidung. Egal was Sie suchen, bei uns finden Sie das Richtige für Ihr Zuhause und das zu unschlagbaren Preisen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Einkaufserlebnis bei Aldi Süd endet nicht in der Filiale. Unser Online-Shop bietet Ihnen eine Vielzahl an exklusiven Produkten und Sonderangeboten, die Sie bequem von zu Hause aus bestellen können. Entdecken Sie die neuesten Trends und Innovationen in unserem Online-Sortiment. Profitieren Sie von attraktiven Rabatten und sichern Sie sich Ihre Lieblingsprodukte mit nur wenigen Klicks. Ab dem 23. August können Sie sich bei Aldi Süd auf sensationelle Wochenendangebote freuen. Viele Produktgruppen sind stark reduziert, sodass Sie am Wochenende richtig sparen können. Nutzen Sie diese Chance, um Ihre Lieblingsprodukte zu besonders günstigen Preisen zu ergattern. Das ist die perfekte Gelegenheit, um sich für die kommende Woche einzudecken und dabei zu sparen. Wir versuchen, unseren Kanal und unsere Inhalte für Sie zu verbessern und besser zu machen. Dafür brauchen wir dringend Ihre Meinung und Ihre Unterstützung. Sie können uns Ihre Meinung mitteilen, indem Sie uns im Kommentarbereich erreichen und uns unterstützen, indem Sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren. Um über die neuesten Angebote und Katalograbatte informiert zu bleiben, können Sie unseren Kanal abonnieren und Benachrichtigungen aktivieren. Sie können uns unterstützen, indem Sie die Videos, die Ihnen gefallen, mögen und teilen. Außerdem sind Ihre Kommentare und Feedbacks für uns äußerst wichtig. Indem Sie Ihre Ideen und Meinungen mit uns teilen, können Sie uns dabei helfen, bessere Inhalte für Sie zu produzieren. Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Unterstützung. Vielen Dank für's Zuschauen.